Es waren drei Gesellen, die taten, was sie wollten. Es waren drei Gesellen, die taten, was sie wollten. Der erste war besoffen, der zweite, der war voll. Der dritte sprach, ihr Brüder, und wir ist auch nicht wohl. Der dritte sprach, ihr Brüder, und wir ist auch nicht wohl. Wir selten waren, sollen es bleiben, was sie hierin. Sie wollen des Meisters Arbeit lassen liegen. Wir wollen ein wenig spazieren gehen, zum führerischen Wein, wo die schönen Mäßen stehen. Und als sie ins Wirtaus sind gekommen, Frau Gärtin, die hat mich gar freundlich gefangen. Wir kommen, wir kommen, ihr schöne Wein, was wollt ihr für ein Essen, was wollt ihr für ein Wein? Was wollt ihr für ein Essen, was wollt ihr für ein Wein? Zu essen wollen wir haben, am schönsten Schweine braten. Und doch, wir wollen trinken, es ist nicht schwer zu warten. Der pränkische Wein ist ein sehr guter Wein. Den wollen wir jetzt verhitten und dabei lustig sein. Den wollen wir jetzt verhitten und dabei lustig sein. Und als sie gegessen und gut getrunken hatten, dann schickte der Meister den Nasebein. Den wollen wir jetzt verhitten und dabei lustig sein. Der pränkische Wein ist ein sehr guter Wein. Den wollen wir jetzt verhitten und dabei lustig sein. Den wollen wir jetzt verhitten und dabei lustig sein. Und als sie gegessen und gut getrunken hatten, dann schickte der Meister den Nasebein. Da haben Gesellen, Gesellen, nach Hause sollt ihr gehen. Den Abschied sollt ihr nehmen, in Gottes Namen gehen. Den Abschied sollt ihr nehmen, in Gottes Namen gehen. Die Gesellen, sie kamen, gesungen und gesprungen. Der Meister war sauer, der Meister wird hart gewungen. Wer scheint hier die wahren Gesellen zu sein? Beim Fressen und beim Saufen, bei der Arbeit hab ich kein. Beim Fressen und beim Saufen, bei der Arbeit hab ich kein. Sie nehmen ihr Bündel wohl auf ihren Rücken. Und zogen wohl über die fränkerischen Rücken. Ja, schlechte Reihen, ich weiß, oder? Er sucht sie halt. Da kam des Meisters Töchterlein. Gesellen, ihr sollt bleiben, ohne euch kann ich nicht sein. Gesellen, ihr sollt bleiben, ohne euch kann ich nicht sein. Denn, haben wir keine Zeit, haben wir eine fränkerische, haben wir eine fränkerische, haben wir eine fränkerische, haben wir eine fränkerische Rücken. Der fränkische Reihen ist ganz sehr gut dabei. Sie wollen wir ins Rücken und dabei zu sein. Sie wollen wir ins Rücken und dabei zu sein. Der erste, der packte sie am Zipfel-Zapfel-Zöpfelchen. Der zweite, der fasste sie am Rickel-Rackel-Röffelchen. Der dritte, der dritte, der legt sich oben drauf. Da kam der Meister gesprungen und deckt sein Schurzfeld raus. Da kam der Meister gesprungen und deckt sein Schurzfeld raus. Ein Meister, ein Meister, was wollt ihr denn haben? In drei, vier, vier Jahre, einen wunderschönen Tragen. Der selbe soll werden, ein zimmerer Gesell. Dann wieder gleich kann fahren zum Teufel in die Hölle. Dann wieder gleich kann fahren zum Teufel in die Hölle. Ich will die Hölle von Hölle von Hölle von Hölle von Hölle von Hölle von Hölle. Denn...